Oh mein Gott, der arme Gandalf. Oh Gott, der Ärmste. Ja, aber dafür kommen wir dann irgendwann, da Saruman schon da ist. Was ist das? Also, ich möchte auf jeden Fall erstmal speichern. So, schön gespeichert und fortgefahren. Denn, da Saruman auf jeden Fall da ist, hat mich jetzt gerade wieder in mein Gehirn gerufen, eine Lieblingsstelle aus meinem Film. Nämlich die Stelle, wo... Ach, das möchte ich mir doch gar nicht verraten. Ich verrate immer viel zu viel. Was will ein leeres Fach aus? Jawohl. Ach so. Okay. Wir können Gegenstände aufheben und dann später kombinieren, oder wie sehe ich das? Das ist ein leeres Fach. So. Aha! Das ist neu an den Lego-Spielen, wirklich auch für mich, dass wir nämlich Gegenstände aufheben und in unser Inventar legen können. Und dann später benutzen. Das gab's in Lego so in der Art und Weise noch nicht. Was ich wirklich mehr als alles andere gerade befürworte. Das ist ja geil. So. Nun können wir die erste Bodenplatte hinlegen. Drücken Pfeil, machen die nächste und drücken nochmal Pfeil und... Äh, hier. So. Und damit haben wir das Rätsel quasi gelöst. Was ist ein Rätsel? Ach Gott, im Hintergrund, ich seh... Ja, 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 ja. Gut. Ist mir jetzt erst aufgefallen. In dem Moment, wo ich's nämlich erwähnt hatte. Aber es sieht halt echt schon ultra schön aus, wie dieser Nazgul da steht. Wir da unten. Und wir tierischen Schaden bekommen haben, einfach nur, weil er schreien kann. Oh mein Gott. Ein kleiner Dragonborn, also. Einen Stein in den Weg geschoben. Nicht. Ah, jetzt machen wir Geräusche auf der anderen Seite, damit der Nazgul da hinrennt. Weil er denkt, oh, ein Geräusch, da muss ich hin. So ähnlich, wie es also auch im Film quasi Mary und Pippin machen. Dass sie nämlich... Etwas, die Eule, dass sie etwas werfen. Und dann der Nazgul da hin. Die Eule. Die Eule. Entschuldigung. Aber die Eule ist wohl ungefähr das Tollste, was ich heute gesehen hab. Und ich hab heute schon meine Freundin gesehen. Wow. Okay, das ist schön. Wunderbar. Werfen wir also einfach etwas. Oh Gott, die arme Eule. No, die ist aber wirklich mehr als herrlich. Sam kann mit seiner Schaufel an bestimmten Stellen irgendwas mit Pflanzen machen. Der... Wir sind jetzt allerdings gar nicht Sam. Oh mein Gott. Warum sind wir nicht Sam gewesen? Wir sind Pippin. Na, dann wählen wir uns jetzt mal den richtigen Charakter aus. Wie auch immer das nochmal ging. Nämlich so. Man muss sich immer in jedem Lego-Spiel ein bisschen hineinfinden. Wie genau die Steuerung ist. Weil es gibt immer wieder kleine, aber ziemlich wichtige graduelle Unterschiede. Und hier müssen wir nun, glaube ich, was ausbuddeln. Nicht. Sondern einfach wieder was werfen. Auch interessant. Ah, auf die Eule jetzt diesmal. Hi, 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 hi. Eule. Oh Gott, ihr Ärmste. Ich hab nichts gegen dich, Eule. Oh Gott. Der Naskul ist hier. Dup, did, dup, didu. Und er rennt weg. Puh, alles in Ordnung. Gut. Sam sollte was buddeln. Hier nämlich mit seiner Schaufel. An der Stelle. Wo man auch nur in Lego-Erde was buddeln kann. Und jetzt pflanzen wir wieder was. Hm. Dann hab ich die Stelle, glaube ich, gerade nicht verpasst. Aber ich bin sie übergangen. Wo wir was hätten ausbuddeln können. Gucken wir gleich nach. Und wow. Wow, wow, wow. Erinnert mich auch ein bisschen an... Kennt ihr Asterix und die Trabantenstadt? Denn in Asterix und die Trabantenstadt holt der liebe Miraculix, nehme ich mal einfach fixe Hand, etwas Schönes heraus, aus seinem, ich möchte mal sagen, druidischen, äh, ja, Köfferchen. Was dort nämlich Bäume wachsende Pillen sind. Und das ist der Wander. Wo kann ich nun mit Sam bitte was pflanzen? Na, gut. Bevor ich jetzt stundenlang weitersuche, gehe ich hier einfach rüber. Und hoffe... Oh mein Gott. Wo ist der... Wow, 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 wow. Was war das? Es ist nur ein Lego-Spiel und ich kann mich trotzdem erschrecken. Dieses Spiel ist wunderschön. Da können wir angeln. Alles klar, tun wir gleich. Anscheinend brauchen wir einen Fisch, um den Nazgul zufriedenzustellen. Vorher muss man natürlich die ganze Welt kaputt machen, um so viele Münzen wie möglich hier zu finden. Denn mehr Münzen... Oder mehr Steinchen heißt, mehr Steinchen heißt, mehr Steinchen. Und ich möchte alle Steinchen dieser Welt haben. Was ist das? Moment. Das sind immer die kleinen Sachen, die ich hier aufsammel. Schneller kann ich leider nicht laufen, weil wir ducken uns ja die ganze Zeit. Das ist irgendetwas, wo wir mit einem anderen Charakter erst was machen können. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Jetzt wird geangelt. Mary kann mit seiner Angel an Lego-Angelstegen angeln. Gut, das sind halt auch wieder keine normalen Angelstege, sondern... Die viel berühmten Lego-Angelstege. Mary war gesagt, nicht wahr? Ja. Dann Mary, zeig mir mal, wie du angeln kannst. Okay. Okay. Achso, alles klar. Gut. Pfeil links heißt natürlich in dem Falle auch Pfeil links. Pfeil oben. Ah, jetzt verstehe ich das. Wenn man nicht doof ist, dann schafft man das auch richtig zu angeln. Sehr schön. Gut. Pfeil links. Und Pfeil links. Man muss einfach nur das eingeben, was dort erscheint. Was natürlich jetzt nicht das Schwerste auf der Welt ist. Allerdings habe ich es grandios bewiesen, wie man es auch falsch machen kann. Hä? Ich kann es auch auf Sam werfen. Okay, wir haben nun die Wahl, es entweder da hinten auf das Feuer zu werfen. Oder einfach mal auf Sam Weiß Gamgee. Friss das, Sham. Sham. Okay, und die Krabbe kommt trotzdem immer wieder. Na gut. Sham. Ich nenne dich ab jetzt Sham. Nein. Ich möchte da wirklich, weil ich die Serie auch sehr liebe, bei den Namen bleiben. Oh. Ich dachte, wir könnten einen Nazgul besiegen. Was natürlich mehr als alles andere wunderschön gewesen wäre. Aber der Nazgul richtet nun nicht mehr seinen Blick auf dieses Wasser hier. Dafür sehen wir da hinten am Wasserfall etwas glitzern und blitzeln. Da kommen wir allerdings nicht hin. Hm. Weil die Brücke jetzt im Weg ist. Das heißt, wir bräuchten einen unsichtbaren Kar... Oh, 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 oh. Ah. Er ist ziemlich nah. Heilige Mutter, ist das schön. Das heißt, wir bräuchten also einen unsichtbaren Charakter, um überhaupt durch den Blick des Nazgul durchzukommen. Was aber auch überhaupt nicht richtig ist. Denn, äh, selbst wenn wir einen unsichtbaren Charakter haben, sieht uns ja der Nazgul, wie uns auch der erste Film schon beigebracht hat. Hier sollst du graben. Genau, Sam. Und nochmal. Grab weiter, mein Freund. Grab in Lego-Erde. Bis du wieder ein Steinchen gefunden hast. Was, wenn wir nun auf ein Wespennest werfen? Dieses Spiel ist so schön. Hm. Ja, natürlich. Gut, ich wollte schon sagen. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, ehrlich. Oh, ewige Mutter. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt sehr gewundert, wenn der Nazgul vor ein paar kleinen Wespen Angst gehabt hätte. Was ist... Okay. Ein Fisch. Hm. Kennt ihr noch die alte Marke Fishbone? Die war damals... Naja, bekannt möchte ich jetzt nicht sagen. Aber was können wir jetzt mit dem Fisch anfangen? Gut, vielleicht angeln wir uns einen Fisch. Das sieht nicht richtig aus. Nein. Wechseln wir rüber zu Herrn Frodo, der nichts in seinem Inventar hat, aber vielleicht den Blick für die Fische hat. Vielleicht kennt er ja die... Versteht er die Frauenwelt. Haha. Und nein, das nicht. Also rüber nun zu Pippin. Und Pippin hat in seinem Inventar auch nichts. Sam, du bist unsere letzte Hoffnung. Mach was. Mach was, Junge. Ich kann nämlich jetzt nicht zum... Alles klar. Okay. Wir können jetzt durch diesen Baumstamm hier durchgehen. Okay. Darauf muss man auch erstmal kommen. Aber Sam hat dieses unglaubliche Rätsel für uns gelöst. Gut, okay. Man muss jetzt lo... Also man muss wirklich dazu erwähnen, nicht der Nazgul hatte Angst. Nicht der Nazgul hatte Angst. Sondern in diesem Fall jetzt wirklich sein Pferdchen. Das kann man dem Pferd auch nicht übel nehmen. Denn ich selbst hätte wirklich Angst vor Wespen. Und ich habe Angst vor Insektuiden aller Art eigentlich. Ich hasse diese Viecher. Ich kann es nicht erklären. Ich finde Insekten... Blah. So, wir müssen jetzt erstmal nur hier rüber klettern. Und dann den kleinen Vogel da abwerfen. Die Krähe. Back. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, jetzt können wir hier was aufsammeln. In Ordnung. Ich dachte schon, er würde seinen Blick gleich wieder auf uns lenken. Hier können wir jetzt nicht rüber gehen, sondern... Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bray. Hm. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Eine meiner auch Lieblingsstellen im ersten Teil. Bockenburger Fähre. Oh Gott, wir müssen fliehen. Okay, alles klar. Da hatte ich jetzt gerade mal die Zeit. Oh, heulige Mutter Gottes. Gut, wir können sogar springen. Die, 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 die. Wir dürfen uns halt... Ich glaube einfach mal... Heilige Scheiße. Was soll ich machen? Gut, wir dürfen uns einfach nur von diesen ganzen Büschen hier auf dem Weg nicht zu oft erwischen lassen. Nehme ich mal an. Oder die rennen einfach dagegen. Ach, wie? Ich laufe jetzt hier einfach durch, denn dafür gibt es ein paar Steinchen. Und mehr Steinchen heißt... Oh, meine Güte, mehr Steinchen. Und wir sind gestorben. Mehr Steinchen. Und ich bin ein wahrer Abenteurer. Heilige Mutter ist das wunderschön. Oh mein Gott. Wir springen hier einfach unseren Weg nach vorne. Wenn man springt, ist man ein bisschen schneller. Diese blöden Naskulreiter rennen zum Glück in jeden Scheiß rein. Und da sind wir nun bei der Bockenburg-Ferry. Komm schon, schneller! Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke. 20 Meilen. Boah, ist das geil. Dieses Spiel ist wirklich... Boah, ich liebe Lego. Ich liebe alles. Es ist so schön. Ja, ähm... Was ich jetzt... Merry und Pippin, die wir jetzt dazugewonnen haben, unsere lieben, lieben Helden, sind sogar mit den Originalstimmen beide behaftet. Was mir sehr gefällt. Wir haben nochmal neue Charaktere zum Freischalten bekommen. Uh, zwei an der Zahl. Und schon bald werden wir, glaube ich, dann noch zeigen können, wo man die freischaltet. Ich glaube, das war im Chiauenland normal möglich. Nämlich in Beutlingen, um genau zu sein. Da habe ich mich jetzt allerdings nicht so umgesehen, weil ich das Spiel ein bisschen vorantreiben wollte. Wir haben nun zum zweiten Mal den wahren Abenteurer erhalten, was ich auf jeden Fall in jedem Level schaffen will. Und danach können wir einfach gucken, ob ich das Spiel zu 100% für euch fertig mache. Denn Star Wars Lego hatte ich auch schon zu 100% selber geschafft. Allerdings natürlich nicht aufgenommen, sondern nur im privaten Rahmen. Das braucht dann aber halt auch seine Zeit, möchte ich mal sagen. Och, ist das herrlich. Dieses Spiel ist so toll. Gut, die Geschichte wird beim nächsten Mal fortgesetzt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Falls ihr Spaß daran habt, gefällt es mir noch mehr, denn Lego ist einfach genial. So, bis zum nächsten Mal. Euer Funk Royale over and out.